Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die, der Tag der Pharah-Lorde. Mit dabei wie immer die Xyra und Hua. Hallo. Und der Avulacho. Moin, moin. Moin. Ich sehe jetzt auch gerade mal den Garten. Der ist voll knuffig. Der ist schön, ne? Ja. Ja, finde ich auch. Der ist so richtig, so ein heimeliger Garten. So, ich habe jetzt Kaffee, der verbraucht werden kann, weil der Kaffee in der Essenskiste kann jetzt verbraucht werden. Tee und die rote Blume, das habe ich jetzt so untereinander gepackt, dass man weiß, das sind die Sachen, die verbraucht werden können. Und Blaubeern plant sich jetzt draußen noch welche an. Ja, ich gucke, dass ich hier irgendwo einen Hirsch oder Schwein finde. Ja. Haben wir jetzt schon alles repariert hinten? Ich meine, dass draußen alles heil ist. Eigentlich sollte wieder alles gut sein, ja. Cool. Also kannst du nochmal nachgucken, irgendwie. Vielleicht ist nicht jeder Block jetzt hundertprozentig irgendwie so. Da, wo der Stacheldraht drauf liegt, konnte ich gerade nicht, weil man würde erstmal den... Wusstet ihr, dass man den Stacheldraht reparieren kann? Also mit Forged Iron halt, ne? Ja. Kostet wahrscheinlich richtig viel, aber es geht. Ja, ja. Ich bin total überrascht. Reparieren kannst du alles. Du kannst halt nur, das ist auch dumm, weil die mitunter durch den Stacheldraht irgendwie darunter Beschädigung anrichten. Und was da drunter ist, kannst du nicht reparieren. Das habe ich festgestellt. Ja, das habe ich auch gesehen. Die sind noch minimal angeschlagen, aber es sind ja keine tragenden Blöcke da an der Stelle. Ne, das ist auch, ehrlich gesagt, ruse wie Acke. Ansonsten habe ich die Blöcke, die frei waren, habe ich gleich zweimal aufgewertet als optische Kennzeichnung. Vorsicht, Stacheldrahtblock, ne? So, hatten wir ja mal gesagt. Warum habe ich jetzt immer noch Kaffee in der Tasche? Ich steppe. So, endlich kann ich hier... Hier ist alles ausgestorben. Zack, zack. Moped nehmen und ein bisschen weiterfahren und gucken oder so? Ja, ich wollte jetzt, damit ich das Benzin jetzt nicht für die Jagd irgendwie ver... Ja. Das wollte ich jetzt eigentlich gerne zu Fuß gehen, damit wir dann später auch wirklich mal ein bisschen weiterfahren können. Da hast du recht. Ich mache mal mit, ich gehe auch mal vor die Tür und guck mal. Oh, vielleicht hast du ja mehr Glück. Weil ich esse ja auch gerade und... Ja, sie bringt mir die dussige Schwester diese Blutungsbunden mit, weißt du, jetzt, wo wir haben. Hat sie die ganze Zeit nicht gemacht, aber jetzt, wo wir es haben, da bringt es mit, die alte Nuss. So, um welche Richtung bist du gelaufen, Xyra? Ihr könnt auch nochmal nach... Ich laufe Südosten. Ach, da. Du musst schon so weit. Ihr könnt auch tatsächlich nochmal nach Nestern ausschalten, weil wir Eier brauchen können. Ja. Ja, okay. Dann laufe ich nach, ähm... Nach Westen. Oder ein bisschen so richtig im Nordwesten. Mal gucken, was wir hier finden. Und bei der Gelegenheit könnte ich eigentlich noch ein paar Bäume fällen, die hier oxidieren. Ja, ich, äh, fluchte nebenbei ein paar gelbe Blüchen. Und Kattebchen haben wir wieder. Wie schön. Warum ist das Wasser da oben? Ja. Ich bin eine Biene. Mal wieder. An dieser Stelle übrigens mal einen lieben Gruß an den Bad and Trouble. Guck mal, so langweilig kann das sein, wenn mit Baumfällen, wenn du nicht da bist. Das freut mich nur mal so gesagt hat. So, was haben wir jetzt auch erstmal genug? Man hoffentlich hat er jetzt auch genug Anstand, ein schlechtes Gewissen zu haben. Der soll ja gar kein schlechtes Gewissen haben. Das weiß er ja auch. Das ist ja das Problem. Ich mag ihn da momentan ja gar nicht, nicht meins machen. Vor allem sonst, da haben wir noch genug oben, ne? 600 Stück oder sowas, ja. Du hattest ja irgendwie 400 Stück produziert und gesagt, ich soll auch nochmal irgendwie ein paar Hundert machen. Allerdings weiß ich nicht, was du mit den Rampen willst, weil du wolltest doch Schingles herstellen fürs Dach, oder? Ja, ja. Da habe ich zu spät dran gedacht. Deshalb, weil die 500 Rams, keine Ahnung, ob du die von innen vielleicht unterbringen kannst, dann, ne? Zum Verkleiden. Ja, sonst verteuern. Ja, ja, von innen brauchen wir sie auch noch ansonsten zu verfolgen. Ja, oder man könnte, wow. Man könnte die von innen, ne? Dann wahrscheinlich gegensetzen, die Dreiecke. Ja. Du machst das ja eh zweilagig, auf die Art und Weise, ne? Wie viel Leben haben wir eigentlich? Weil ich habe da nämlich noch andere schöne Sachen gesehen. Keller sind in der Kiste, glaube ich, auch noch ein bisschen Leben. Ansonsten haben wir nicht so viel, oder was? Wollte ich nicht, Schaufel schnappen und, äh, Löwen brauchen. Ich glaube, ich habe sonst eine Schaufel dabei. Ich kann auch was versorgen. Wie gesagt, du kannst ja, Leben ist ja unheimlich schnell geschippt, kostet ja gar keine Ausdauer mehr. Ich habe noch nicht ein Tier gesehen. Wel hat einen Bären gefunden? Nee, einen Baum. Achso. Das ist, ich dachte mir ja, ich gucke mal nach, wie das wäre, wenn er da wäre. Ja, so fühlt sich das an. Ich kriege mich besser selber gekillt, als jemand anders mich. Ich kriege es aber noch selbst am besten. Aber Nicole versucht mittlerweile anhand deiner Reaktion rauszufinden, welches Gefahrenpotenzial bei dir ist. Ja. Ja. So sieht das aus. Eigentlich suche ich doch Hirsche. Was ist denn das da? Ich habe einen Zombie gefunden, aber kein Hirsch. So. Ich habe jetzt einen Hirsch. Ich habe einen Zombie gefunden, der einfach stumpf gegen einen Baum rennt. Weißt du was? Ja. Ich möchte mich jetzt nicht unbedingt zu der Intelligenz dieser Wesen äußern. Weißt du, es gibt Menschen, die wollen mit dem Kopf durch die Wand und der Zombie, der möchte halt mit dem Kopf durch den Baum. Oh gut. Jetzt kann ich es nicht viel besser verstehen, wenn du das so beschreibst. Ich laufe doch falsch. Ich laufe doch schon wieder in Richtung Syr. Ich muss doch Richtung Westen. Wo bin ich überhaupt? So. Was brauche ich denn? Jetzt muss ich doch mal schauen. Na nö. Oh, gibt es denn hier was? Ich kann einen Land Claim Block herstellen? Wusste ich gar nicht. So. Kann sich das mal einigen. Da hätten wir die normalen Jingles. Jetzt ist meinem Typ noch schon wieder warm hier. Okay, bleiben wir bei den Jingles. Ja, die Erfolgsrate lässt hier zu wünschen übrig. Ich sehe auch weit und breit nichts. Oh, ein Ei. Okay. Oh, man kann ja den Gable Jingle wiederherstellen. Den was? Den kleinen. Den kleinen. Ist doch den großen? Nee, warte mal. Ja, nee, das ist, wenn du die Spitze nicht genau mittig hast. Was ja, wenn du mit ungreiden Zahlen arbeitest, so wie ich das mache, hast du ja nie die Spitze direkt drin. Und dann hat das ja oben immer so einen flachen Bereich. Ach so. Und da gab es nochmal, wie die Pyramide, halt nur länger gezogen. Das sieht so aus, als könnte man den wiederherstellen. Ach so. Das finde ich sehr schön. Ja, Vorsicht, aber. Ich verstehe nicht so recht, warum man nicht einfach alle Blöcke, die im Kreativmodus sind, auch so herstellen kann. Vor allen Dingen mit denen, nachdem sie das Loot-System, das Crafting-System ja komplett neu gemacht haben. Vorher musstest du ja da Minecraft-mäßig halt ein bestimmtes Muster legen. Seitdem wäre das doch jetzt ein leichtes. Einfach zu sagen, hier, so und so viel Material kostet das, kannst du jeden Block herstellen. Die würde ich auch sehr schön finden, wenn das möglich wäre. Schnell gemacht, ne? Irgendwie so von der Idee her. Ich habe noch eine lila Batterie gefunden. Sind im verbrannten Biom Hunde oder nicht? Es kann schon mal vorkommen, dass da einer ist, ja. Ach so. Oh, Schwein. Oh, Schwein muss man haben. Wir haben übrigens gleich kein Holz mehr. Voll der Tür, da steht ganz viel rum. Doch, so viel? Ja, also draußen stehen massiv Bäume. Dann werde ich mal nebenbei... Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ich habe 8700 Holz auch mal eben in der Zeit eben kurz... Ja, das ist doch super. Das habe ich doch schon wieder was vergessen hier. Aber ich bin halt gerade nicht da. Sonst... Ist doch kein Problem. So. Ein Baum hat man uns vor der Hütte weggeschlagen. Er ist nicht mal da. Ich kann sich gleich mal neu. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Eigentlich müsste man auch, wenn die Bäume irgendwo drauf fallen, dass das entsprechend auch geschädigt wird. Theoretisch. So wie jetzt zum Beispiel, wo sie mir auch für Spikes drauf fallen. Weil da müsste man noch mehr gucken, dass man die Bäume auch in die richtige Richtung schlägt. Kann man das beeinflussen? Ja. Nicht wirklich. So. Also wenn die am Berg leicht am Hang stehen, dann fallen die eigentlich auch immer den Hang runter. Wow. Das ist ja, schon beinahe normal. Aber so insgesamt kannst du das schon beeinflussen, weil der normalerweise halt immer in die Richtung fällt, in die du schlägst. Okay. Ne toll, ich bin infiziert, aber okay, gut, das ist nicht so schlimm. Wir haben ja noch Honig zu Hause und bestimmt auch nicht gekommen. Ja, ist alles da. Infiziert und verbrannt. Blöder verbrannter Zombie. Ja, man hat's nicht leicht. Und wo führt denn der Weg hin hier? Versuch bei der Gelegenheit gleich mal Vogelnester mitzunehmen, wobei ich da wahrscheinlich auch sehr viel übersehen habe. Also wie gesagt, die beiden Bäume am Eingang bitte nicht weg. Ja, nee, haben wir die versehentlich weggenommen? Da will dann jetzt was von mir. Was ist das denn? Das ist aber, ist das Doro? Das ist, ist das Goros Lache? Das ist Goros Lache, oder? Das kann doch nur Goros Lache sein. Nee, 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 das ist nicht Goro. Das war, ähm. Dann ist es dieser Hund, dieser Comichund. Auch nicht. Das war auf, ähm. In, in, in der Radiostation war das mal jemand gewesen. Und der sollte, ähm, ein Buch und eine Messe in Zusammenhang bringen. Und die Messe, äh, das Buch hieß die schwarze Wegfahrsperre, so ist richtig. Und die Messe hieß, ähm, oder war unter dem Motto, und ein Tusch für Wilhelm Busch. Mhm. Und der hat angefangen schon zu lachen, also richtig zu lachen, wie er den Buchtitel gehört hat. Und wie er dann auch vorgelesen hat, dass das unter dem Motto, und ein Tusch für Wilhelm Busch, da hat er sich nochmal eingekriegt, und diese 10 Sekunden, diese 10 Sekunden Ansage hat dreieinhalb Minuten gedauert. Wie geil. Der saß da und sagte, wer schreibt mir so eine Texte, ich will nicht mehr, ich sitze hier in meiner eigenen Rotze und so einen Scheiß, und war durchgehend am Geiern wie ein Bescheuerten. Und das habe ich mir dann, äh, aufgenommen und als Klingelton zusammengeschnitten. So geil. Das Schöne daran ist, ich glaube, das hatten wir auch schon vor Urzeiten schon mal gehabt bei Elkoi, das Schöne daran ist, dass ich, äh, einen der brummigsten Menschen, der wirklich nie am Lachen war großartig, wo ich in der LWL gearbeitet habe, ähm, der hat den Klingelton gehört und war am Grinsen. Ja, schon. Ja, das ist, und das siehst du auch, ne. Grinsen ist ja vermeintlich dann schon das höchste, das ist schwierig. Ja. Ja gut, der hat aber auch, äh, ich sag mal so, der hat quasi von Schmerzen gelebt. Dass der nicht wirklich was zu lachen hatte, war klar. Alles klar. Aber, ähm, auch so, wenn, wenn ich in der Geschäfte bin und das Ding geht mal los, normalerweise ist das ja wirklich nervig, ne. Dann klingelt so ein Handy und irgendein Song ist da am Eiern. Nur, ähm, wenn mein Handy klingelt, dann lachen alle mit. Das finde ich gut. Ja, kann ich verstehen. So, verbranntes Biom ist gar nicht so schlecht. Also, wie gesagt, Nester und ab und zu sieht man mal ein Schwein. Aber ich habe auch Esphaltiere gefunden. So, ich tröste dich. Ja, verbranntes Biom ist dafür ja ein Gegner, ne. Ich gehe dann auch nochmal ins Verbrannte. Äh, wenn du da mal auf eine Ruine triffst, ähm, manche haben ja, äh, messenfarbene Wasserhände. Die erkennt man jetzt auch sehr gut. Die sind so grütschgelb. Ja. Einmal halt gleich auf dem End, bitte. Da ist das zerstörte Biom sehr gut für. Haben wir doch, glaube ich, auch in der Nähe, ne? So, ja, da bin ich gerade auf dem Weg hin. Ja. Ich habe jetzt meinen zweiten Hirsch erlebt. Wenn du da in Ruinen dran gehst, da hast du dann wirklich ziemlich oft, ähm, die Gebäude, wo eben diese Messingwasserhände dran sind. Mit der Spitzhack hat zwei, drei Schläge, glaube ich. Wir machen mal einen Screenshot hier. Verbrannter Zombie und ich. Mein Baum hat eine Fiorette gemacht. Ich sollte auch die Klange nach. Oh, Mann, ey. Das hätte aber die Hose gehen können. Du bist genauso schau wie ich. Ich vergesse öfter mal meine Rache zu laden, wenn ich schießen will. Leute, das solltet ihr lassen, ne? Der Zombie fand das lustig. Ja, der Zombie. Wie ist das denn jetzt passiert? Das willst du nicht wissen. Äh, Hund? Ich kriege D-Abos für sowas. Für sowas kriege ich D-Abos. Ich nehme jetzt mal ein Moped und hole mir meine Sachen wieder. Also, es fing damit an, dass ich mir gesagt habe, hey, ich habe eine Magnum, da kommt ein verbrannter Zombie auf mich zu. Das wäre doch eine gute Gelegenheit, mal eben kurz Screenshots zu machen. Sieht bestimmt gut aus. Ah, ja. Dann stand ich direkt vor diesem verbrannten Zombie, habe die UI ausgeblendet, wollte aus dem Handgelenk schießen und stell fest, hm, nicht durchgelacht. Das ist schon mal blöd. Ist es sinnvoll, auf einen Bären mit einer Rifle zu schießen oder, ähm? Ja, wenn du eine Möglichkeit hast, irgendwo kurz hoch zu gehen, weil du brauchst trotzdem Paar Schuss. Nicht Wood Frames. Äh, nee, du solltest dir, wenn du im zerstörten Biom bist, ähm, kurz mit Wood Frames auf eins dieser zerstörten Gebäude draufbauen. Und dann die Wood Frames natürlich wieder abnehmen. Oder nicht hier runterfallen. Beim Paar Schuss brauchst du auch mit der Rifle. Und du am besten wirklich den Kopf treffen, ne? Das ist ganz wichtig. Oh, ich bin so gut. Kannst du dich doof und düttelig schießen. Ich lege jetzt, ah, wo fällt da vorne Bäume? Ähm, ich lege jetzt erstmal meinen Schlafsack um. Ja, mein Schlafsack ist auch noch da hinten, fällt mir grad an. Ja, du, einfach mal sterben, kannst du gleich mitnehmen. Ich bin jetzt nur sein Arsch, weil ich von oben runter schieße, aber immerhin bin ich hier oben sicher. Oh, nee, oh, nee. Oh, da stimmt jetzt ein Kaninchen bei uns vor der Haustür an dem Stacheldraht. Oh, das schreit ganz erbärmlich. Kann ich nicht. Oh, das war, oh, unheimlich. Das hat wirklich unheimlich gespielt. Komm, komm zu dir, sag mir, wo es ist. Ich nehm es gleich mit. Außerdem hat es auch ein bisschen Hight. Ah, mit Dingen, ey. So, wo bist du denn? Du, der hat immer Eingang. Ist es, wirst du finden. Ich glaube, ich bin gerade über ein Nest gelaufen. Hallo, Kaninchen. Ah, da ist es ja. Ja, heute gibt es kein Nickefleisch, ne? Ding. Ja, das wirkt Big Bunny Man gar nicht vor. Aber da können wir nichts für. Hast du gesehen, ne? Das ist da reingelaufen. Das wollt ihr nicht mehr. Ich habe noch einen Zuschauer, der hat einen Kaninchen als Arbeit. Der haut mir hier gerade den Stein unter. Ja, nur gut, aber. Der Scheißbär. Deswegen sagte ich, ja, du sollst dich auf so einem Gebäude ruhig trautbaren, ne? Ja, ich bin ja nicht im verbrannten Biom. Achso. Du, der hier. Ja, nicht im verbrannten Biom. Ich dachte, du wärst im Zerstörten. Äh, im Zerstörten. Ne, bin ich alles nicht. Bin ich alles nicht? Äh, ja. Okay, 22% Benzin ist das so viel, aber es wird wohl noch reichen. Langsam kriege ich Angst. Bis zu meinem Rucksack wird es wohl noch reichen, die 22% Benzin. Ja. Wie gesagt, das dauert ein bisschen, bis da drauf geht. Vor allen Dingen, wenn du nicht den Kopf drückst, ne? Dann dauert es gleich mal dreimal so lange. Oh, Scheiße. Aber jetzt muss ich das hier durchziehen. Schöne Muni. Okay, er ist tot. Ach, vielleicht beruhigt er sich ja irgendwann wieder. Ja, er ist tot. So, hoffentlich lohnt sich das jetzt auch vom Fleisch her. Ja, sieben Fleisch und 13 Heid, wenn ich nicht irre. Kommt auch an, ob du das mit dem Schnochenmesser machst oder mit dem Metallmesser. Bestimmt, das Metallmesser bringt mehr, ne? Ja, also ich habe jetzt sieben oder acht Stück gekriegt. Sieben oder acht Fleisch. So, ich habe noch einen Hirsch erwischt. So. Ja, Bär mache ich jetzt auch nicht nochmal. Warum? Klingt doch gut, wenn ich. Ja, aber das war echt viel Muni, die dabei raufgegangen ist. Wie viel hast du denn gebraucht? Kann ich dir nicht sagen, weil ich habe vorher nicht raufgeguckt. Da musst du mal... Oh, hier muss ich liegen. Musst du mal Schießübungen machen, dass du mal öfter den Kopf triffst. Der Kopf, der war ja nicht sichtbar. Der war ja unterm Stein. Na, sowas. Den hat er ja ganz geschickt versteckt. Der weiß halt, wie er sich schützen kann. Ja. Fugabär. Ja, ja. So, ein Erklärbär. Ein Balou. Ein Balou. Oh. Ich habe ein Ei gefunden. Ah, das ist gut. Ja, jetzt können wir uns bestimmt schon zwei... Da war ich ja schon. Zwei Blaubeerkuchen machen. Hier war doch ein Hirsch eben. Da habe ich noch ein Ei gefunden. Hier war doch eben ein Hirsch. Wo ist denn der Hirsch? Noch eins. So, macht das Spaß. Ich bin auch voll. Ich muss erst mal nach Hause. Es hat so keinen Sinn. So. Ach, echt unnötig. Wieder auf... Wie man so unnötig damit... Schon öfter mal zehn Raines verloren. Ich wollte gerade sagen selten. Und dann war ich am Überlegen. Und dann denke ich mir, nee, das stimmt jetzt auch nicht so richtig. Also, ich habe schon lange keine Wohinness mehr verloren. Das stimmt allerdings. Wo du recht hast. Oh, Zombie. Sag doch was. Komm, ich fahre jetzt hier mal zum Auto, weil ich brauche Benzin. Benzin. Ich habe nämlich leider keins mit. Aber ich kann ja hier mit der Ranch direkt in mein Fahrzeug... Ja, das mache ich zwischendurch auch immer. Ich bin noch ein bisschen Benzin organisiert. Benzin herstellen lohnt sich gar nicht. Das ist so wahnsinnig teuer. So, jetzt bin ich infiziert. Die Zombies hier, die sagen nichts mehr. Oh, echt? Ja, das war wieder so ein stiller Zombie. Ich wusste, dass da einer ist, von wegen Getapsel. Aber ich wusste nicht, dass es zwei sind. Ja, okay, das ist schwierig dann. Ja. So. Haben wir denn eine Antibiotika? Ach, der ist schon direkt um die Ecke. Honig haben wir garantiert. Stimmst du gucken? Ja, Honig haben wir ganz viel. Und Antibiotika haben wir garantiert auch. Aber Honig reicht ja. Ich muss unbedingt tatsächlich mein Ding ins Umlegen. Ah, noch eine Kreuzung. Oh, und der Walter wird so langsam dicht. Ja, ja, wir haben so viele Bäume. Wie gesagt, ich habe vorhin 100, 180 Samen ausgesetzt. Tüa, möchtest du jetzt? Nein. Ah, dieser blöde Hund, ja. Die lachen, die lachen fast jetzt aber richtig gut gerade. Die passt jetzt aber richtig. Nein, ich habe noch eine kleine Stadt gefunden. Hunde. Oh, echt? Mehr? Ich weiß nicht, und Biene und Tod. Wieso denn jetzt Bienen und Hunde? Weiß ich auch nicht. Könntest du dich mal kurz um den Hund kümmern, dass ich an meinem Rucksack drankomme? Ja, ich bin... Das ist irgendwo vorm Eingang. Ja, dann fahre ich eben zurück. Ach so, ach so. Ich dachte, du wärst zu Hause. Einer ist doch zu Hause. Könntest du dich dann mal kurz dort, dann nehme ich jetzt direkt mal den Schlafzahn. Ich dachte, du bist unterwegs. Moment, ich komme raus. Nee, das ist irgendwo... Ja, ich würde das eher durch ein Fenster machen, weil der Hund böse. Ich habe noch eine kleine Stadt gefunden. Aber ich habe keine Wellness verloren. So, dann könntest du aus meinem Rucksack, wenn du den da siehst, mal ein Stack Holz rausnehmen. Erstmal muss hier ein bisschen aufgeräumt werden. Aber das mit dem Hund und Biene, das habe ich jetzt da gar nicht verstanden. Ich meine, die Biene, okay, vielleicht noch von der Nacht zurückgeblieben, aber der Hund... Es kann immer mal welche auftauchen, aber es ist schon ein bisschen... Schon komisch, ne? So, der Hund ist schon mal weg. Ja, nimm bitte zwei Stack Holz raus. So. Hier höre ich doch auch noch was. Aber ich sehe es von hier aus. Ich muss einmal raus ansonsten, oder ich gehe nach oben drauf. Du hörst dann aber was, sagst du? Ja, ich höre was, aber ich konnte durchs Fenster nicht sehen, wo da jemand ist. Das ist schon woher nicht. Ich will mal erst gucken. Du weißt nur gerade nicht, wo der ist. Nee, nee, ist schon noch vor. Der hatte mal jemanden mehrfach geschrieben, in den... Das in den Pools, man findet ja ab und zu Hause mit Stringing Pools, dass in den Pools immer ein Safe ist. Da konnte ich jetzt keinen sehen, aber da liegt eine Leiche hinten drin. Ich glaube, mein Safe hätte man mir geschrieben. Aber die liegt eine Leiche drin und... Was ist denn das für ein Haus? Und ein Rucksack. Ach, ähm... Oh. Die sind hier direkt am Eingang alle schon draufgegangen. Ja, die habe ich schon durchs Fenster erschossen. Aber der eine hier, der will einfach nicht. Und der dreht sich einfach nur, sodass man auch nicht headshotten kann. Wo ist denn der? Unter mir. Ach, direkt unter dir. Wo denn? Warte, jetzt kommt ihr wieder angelaufen hier. Das ist ein Fehl. Wo kommt der denn weg? Ich kenne das nur aus der Stadt, dass da öfter mal faire Einsen kommen. Also die können auch wohl vereinzelt so spawnen, aber... Ja, aber guck mal, was war... Das sind... Das, äh, von der Dingens her ist das, als wenn wir die von der Horde noch Reste hätten. Weil das ist Farid Zombie, das ist ein Brandy, das sind Hunde, das sind Beine. Tja, wer weiß. So. So, dann hole ich mal ein paar Frames und bügel mich da mal einmal rüber. Ach, das ist das. Ha, Mini-Bike-Buch. Okay, das, äh, scrappe ich dann, ne? Ja. Ja. Nee, du kannst doch dein Skil damit erinnern. Ja, ja, ich lese es ja, ja, genau. So, äh, weiter aufhören. Oh, wir sind bei 25 Minuten. Mach mal wieder. Ja, äh, schon wieder. Ja. Ich kriege gerade fest. Äh, räume ich jetzt trotzdem weiter aus, aber... Ah, du könntest mal kurz mit rauskommen. So zum Looten. Ich hab doch keinen Platz mehr. Ja, ich bin auch fast voll, also ich hoffe denn, dass da nicht so viel ist. Ich hab noch ein Erste-Hilfe-Buch gefunden, das bringe ich mit, das kenne ich schon, das wollte ich jetzt aber nicht einfach, äh, so, ähm, nochmal lesen, das wär ja blöd, ne? Da. So, ähm... Für fest Altkitz. Ja, aber... Dann verabschieden wir uns. Also jetzt erst mal am Ende der Folge. Bis zur nächsten Folge dann, ne? Genau. Ah, jetzt komm ich da nicht mal ran. Aber wir ignorieren uns nicht. Achso, äh, ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.